so ist die indre baltschuß und wenn ich der ansaß wäre ich würde meine hände zum himmel heben morgens und abends daß sie meine frau ist und keine andere und so war es auch früher aber seit die busze als magd ins haus gekommen ist hat es sich sehr verändert so sehr verändert daß die nachbarfrauen schon lange die köpfe zusammenstecken wenn von dem hof des baltschuß schimpfen und weinen herüberschallt das schimpfen kommt von dem ansaß die stimme kennt ein jeder aber weinen tut nicht die indre wenn sie's tut so nur ganz leis und in der nacht es sind die drei kinder die da weinen über all das üble das ihre mutter erleiden muß und manchmal mischt sich auch ein lachen da rein ein gar nicht gutes lachen hart wie glas und schadenfroh wie hergeschrei der teufel hat diese busze ins haus gebracht wenn sie nicht selbst eine besitzerstochter wäre und als solche stolzen und hoffertigen sinnes hätte sie so viel schaden gar nicht anrichten können warum muß die überhaupt dienen gehen mit ihren blinkernden achartaugen und dem fleisch wie von apfelblüten wer weiß wie vielen die schon die köpfe verdreht hat aber sie nimmt sie und läßt sie laufen und wenn sie irgendwo einen ganz verrückt gemacht hat dann lacht sie und geht in einen anderen dienst hier in dem hause des baltschuss sitzt sie nun als das leibhaftige gegenteil der stillen und sanftmütigen frau singt und schmeißt und rumort vom morgenstern an bis in die späte nacht schafft für dreie und wird schon aufgebracht wenn man ihr nur sagt sie möchte sich schonen seit nun gar der wirt bei ihr in der kammer gewesen ist kennt sie überhaupt keinen spaß mehr es ist ein elend mit anzusehen wie sie die herrschaft mehr und mehr an sich reißt und er ist schwach und tut was sie will